So, ich darf euch zu einem neuen Quick-Tipp für GoodNotes 5 willkommen heißen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Bilder in unterschiedlicher Art und Weise in GoodNotes integrieren könnt. Fangen wir mit dem einfachen an, das naheliegend ist. Hier gibt es eine Funktion der Bilder hinzufügen. Das heißt, ich kann hier, ich mache es noch einmal, wenn ich aus dem Stiftwerkzeug herauskomme, draufklicken. Dann öffnet sich zunächst mal diese Quick-View. Wenn ich noch einmal draufklicke, kommt dann quasi dieses Dialogfenster. Und ich kann entweder die Aufnahmen, die ich unter Fotos habe, entsprechend hinzufügen. Oder hier unten in der Form gibt es die Möglichkeit, auch weitere Bilder hinzuzufügen. Beispielsweise aus der Dropbox oder aus welchem Cloud-System oder Speicher-Audio entsprechend das Bild abgespeichert hat. Und nutzen wollt. Das ist die eine Möglichkeit. Ich mache das jetzt einfach mal. Hier seht ihr dann die Möglichkeit, auch das ist neu, das Foto neu anzuordnen. Das könnt ihr also beliebig entsprechend verändern. Und entsprechend in diesem Dialogfenster dann anordnen, so wie ihr es eben benötigt. Die zweite Variante ist, dass ihr natürlich hier über die Kamera entsprechend eine Fotoaufnahme machen könnt. Oder aber es gibt die Möglichkeit, über das Plus-Symbol oben rechts ebenfalls ein Bild hinzuzufügen. Also da, wo ihr auch eure Vorlagen hinzufügen könnt, besteht die Möglichkeit ebenfalls auszuwählen, ob ihr ein Bild oder eine Kamera entsprechend verwenden wollt. Wenn ich auf Bild gehe, öffnet sich das gleiche Dialogfenster, was wir auch schon gesehen haben. Nur mit einem großen Unterschied. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, was die Usability angeht. Hier kann ich wirklich nur die Fotos, die ich auf dem iPad habe, unter Fotos entsprechend hinzufügen. Ihr seht, hier unten fehlt dieses Inset Form. Die Möglichkeit also auch über ein Cloud-System quasi ein Foto hinzuzufügen. Also sehr unglücklich, wie ich finde. Auch in meinem Gespräch mit dem Gabriel Jordan von GoodNotes habe ich das Thema ja mal besprochen. Ich verlinke das Video gerne auch mal in der Videobeschreibung. Und könnt ihr euch gerne anschauen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten Fotos zu integrieren. Die, wie ich finde, sinnvollste ist dann wirklich diese Funktion zu wählen, weil hier habe ich dann alle Optionen eigentlich offen. Der Unterschied ist der, hier öffnet sich eben dieses Dialogfenster. Wenn ich das jetzt nochmal über das Plus-Symbol mache, dann seht ihr, ist der Unterschied, dass sich das als Seite öffnet. Das heißt, es ist schon ein Unterschied, wie ihr das Bild einsetzt. Und das müsst ihr natürlich berücksichtigen. Das heißt, in dem Fall ist es ganz normal eine eigenständige Seite geworden und nicht eben in die Notiz-App integriert worden. Das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen. Den müsst ihr natürlich wissen. Aber häufig reicht es, zumindest ist es bei mir so, wenn ich dann auf die ganz normale, ich sage jetzt mal, Bild-in-Notiz-Funktion zurückgreife. So möchte ich es mal nennen. Also einfach dieses Bild-Symbol klicken. Dann öffnet sich das Dialogfenster. Plus ich habe die Möglichkeit, dann das Bild anzuordnen. Und sollte das nicht ausreichend sein, sondern ihr wolltet die Grafik, das Bild als eigenständige Seite quasi hinzufügen, dann müsst ihr auf das Plus-Symbol oben rechts klicken. Wie gesagt, mit der Einschränkung, dass ihr hier keine externen Bilder in dem Sinne verwenden könnt. Also ich hoffe, dass GoodNotes hier nachjustiert. Schreibt mir gerne, wie ihr mit dieser Funktion umgeht, welche ihr am häufigsten nutzt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.